Am 17. August werden wir hier bei uns finnische Sportgeschichte schreiben. Denn dann wird Olli Mäcki, ein Bäcker aus Kokola, auf den Amerikaner Davy Moore treffen, den Weltmeister im Federgewicht. Sie können ganz sicher sein, dass wir alles dafür tun werden, um den Weltmeistertitel nach Finnland zu holen. Könnt ihr es nur für die Kamera boxen? Erbarmungsloser Gesichtsausdruck. Tempo, Tempo. Gut, Olli. Kann ich ganz ehrlich sein? Na sicher. Wenn nicht zu mir, zu wem denn sonst? Weißt du, ich glaube, ich bin... Ich habe das Gefühl, ich bin verliebt. Tag. Hey, grüß dich. Aha. Super. Genauso machen wir weiter. Du hast dir die beschissenste Zeit zum Verlieben ausgesucht. Ja, zum Teufel. Hey, tschüss. Und wir fürchten den Tod. Haben Sie ein Kind verloren, Howard? Howard... Aber erst nein, das war sch wisst. Vielen Dank.